Jeffrey Dean Morgan, der Schauspieler hinter dem The Walking Dead Charakter Negan. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, über welchen Schauspieler ich als nächstes 5 Fakten präsentieren soll. 5 Fakten über Jeffrey Dean Morgan, los geht's! Jeffrey Dean Morgan hat Lamas und Alpakas. Also er besitzt sie, so richtig. Er hat auf seiner Farm im Bundesstaat New York ein Lama namens Wally, ein Alpaka namens Tony und ein anderes Alpaka namens Stella. Zusätzlich zu den Lamas und Alpakas hat er noch ein Fable für Hunde. Da er ein sehr, sehr großer Motorradliebhaber ist, nimmt er seine Hunde regelmäßig auf Biketours durch den Bundesstaat New York mit. Sie fühlen sich so wohl in seinem Motorrad, dass sie sogar während der Fahrt einnicken. Oh, 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 wir alle wissen, was Jeffrey Dean Morgan oder besser gesagt sein Charakter Negan Maggie angetan hat. Ich werde jetzt hier nichts sagen, ich will nämlich nicht spoilern, aber er hat zusammen mit Maggie in einem anderen Film gespielt. Nämlich in Batman vs. Superman Dawn of Justice. Dort war er mit Maggie verheiratet und nicht Glenn. Denn sie haben die Eltern von Bruce Wayne gespielt. Und man muss sagen, die sehen ziemlich cute aus zusammen, aber Glenn gewinnt. Für eine Rolle hat Jeffrey Dean Morgan 40 Pounds. Warte mal, was sind 40 Pounds in Kilogramm? Eine Sekunde. So. Für eine Rolle hat Jeffrey Dean Morgan 18 Kilo abgenommen. Und jetzt ratet mal, woraus seine Diät bestand. Eine Dose Thunfisch am Tag. Könntet ihr euch das vorstellen, eine Dose Thunfisch pro Tag zu essen? Mir würde irgendwann das Kotzen kommen, glaubt mir. Aber wenn ich für so eine Rolle irgendwie so ein paar Millionchen kriege, oder besser gesagt für eine TV-Rolle, ein paar Hunderttausender, dann würde ich das schon mal überlegen. Er hat nicht nur für Rollen sehr viel abgenommen, sondern er hängt auch an sehr, sehr komischen Orten ab, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. Zum Beispiel chillte er einfach mal so sechs Stunden im Leichenschauhaus, um sich mental auf eine Rolle vorzubereiten. Also ich frage mich, woher das kommt. Wenn du eine Rolle kriegst, sagt dann dein Manager, geh mal und chill mal im Leichenschauhaus, oder kommt das von dir selber? Würde mich echt mal interessieren. Leute, das waren fünf Fakten über den Schauspieler Jeffrey Dean Morgan. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Falls ja, dann abonniere meinen Kanal. Du wirst dann in Zukunft keine zukünftigen Videos auf meinem Kanal verpassen. Und du versäumst nicht deine Chance, die 10 Euro bei Amazon zu gewinnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.